Ich hätte nicht sagen sollen, ich sei groß. Oh, verschränk deine Hände. So. So? Auf zum Mond. Willst du mit mir auf ein Debt gehen? Wenn du mithalten kannst, gehen wir auf ein Debt. Oh, mein Kleiner. Hi. Au. Ich wollte gerade... Oh, das ist noch schlimmer als ein Flugzeugsitz. Oh, upsie. Besser als nichts. Entschuldigung? Habe ich etwa einen Röntgenblick? Wer ist heute der Glückliche? Ich, ich, ich. Beiseite, Meg. Du. Mist. Wie soll ich denn? Was? Warum? Nein. Oh, mein Junge. Wisst ihr was? Wer lacht jetzt, Sterbliche? Ich nämlich. Ich helfe ihm nur ein bisschen. Danke, Meg. Oh, was für eine gute Landung. Weck da. Verzieh dich. Völlig wild geworden. Hi, Meg. Hi. Hallo, Galadriel. Hey. Der Tag, auf den ich gewartet habe. Ich muss ihn bitten, mit mir auszugehen. Wo willst du denn hin, Kleiner? Interessant. Was haben wir denn hier? Hey, gib den zurück. Justins Träuste werden dich fertig machen. Tanzen wir, mein Herr. Du willst noch mehr von mir? Klar, Conor McGregor. Ja, lauf lieber. Hier ist dein Rucksack. Oh, danke. Ich muss dir was zeigen. Klar. Wer ist denn das? Hast du das gesehen? Natürlich, ich gehe auch hin. Oh, super. Was ziehst du an? Was haben wir denn hier? Will sie mit ihm auf den Ball gehen? Das darf ich nicht zulassen. Da ist er. Aus dem Weg. Wer spricht da? Oh, hey. Was sagst du? Hey, dir zeige ich es, mit meiner Freundin zu flirten. Eine Massage? Hier drüben auch noch, bitte. Justin? Was machst du mit meinem Cousin? Cousin? Danke für die Massage, Kleiner. Schlag ein. Oh, schlag ein. Klar. Ich wusste es nicht. Oh, nicht heute, Freundchen. Ich lerne aus meinen Fehlern. Heute wird ein guter Tag. Willkommen im Sportunterricht. Auf eure Matten. Entspannungsmodus an. Was für ein Anblick. Weiß dich zusammen, Justin. Wo ist meine Matte? Oh, tut mir leid. Hey. Oh, du hast keine Matte? Oh, willst du meine Schuhsohle haben? Ha? Hier, bitte sehr, Kumpel. Gib her. Wow. Meine Güte. Das ist eine riesige Schuhsohle. Die perfekte Größe. Zeit, alle negativen Gefühle wegzuwaschen. Oh, komm schon. Denk nach. Ich hab's. Die ist hoch genug. Mal sehen. Viel besser. Mist. Oh, nicht schon wieder. Autsch. Du kommst mit. Oh, komm schon. Das ist ein echtes Workout. Scheinbar muss ich meinen Standard herabsetzen. Wo bist du? Frisch und sauber. Wo ist mein Handtuch? Welches ist denn meins? Oh, komm schon. Ich hasse Versteckspiele. Vielleicht hier? Ja. Das verdeckt ja gar nichts. Oh, ich geh einfach schnell. Schätze ich. Bereit zum Abtrocknen. Noch weiter hoch. Ich glaube, das ist das Kleinste. Wow. Ist das irgendein fieser Trick? Was zur Hölle? Ich bin ein Burrito. So kuschelig. Diese Schlange. Hey, Mac. Hier drüben. Wer ruft da nach mir? Ich bin hier. Ich hüpfe. Schau doch. Hey. Hey. Ich muss zu ihr kommen. Tunnel des Horrors. Bitte lass niemanden furzen. Hey. Was? Wow. Iiii. Oh, Mist. Wie eklig. Wo ist der Aquaman, wenn man ihn braucht? Das sieht tief aus. Ich muss da rüber. Gib die her. Ach, was? Junge, nimm deine dreckigen Pfoten von meinem Essen. Ha. Ich zähle den neuen Rekord im Stabhochspringen auf. Ah. 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 Hi, Mac. Oh. Oh. Oh, mir ist langweilig. Oh. Hey, Hüppchen. Hm. Ich hab ne Idee. Nur kurz TikTok aufmachen. Now somebody, anybody, everybody, scream. Schimmi, 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 jay. Aha. Setzen. Hier ist der Test. Oh. Mal sehen. Was haben wir denn hier? Ha. Noch nie ge... Oh. Der Schulball. Oh. Ich muss sie fragen. Du kannst das, Großer. Danke. Los geht's. Mac. Würdest du gern mit mir zum Ball gehen? Ha. 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 Zeit, die Rüstung anzulegen. Hm. Wow. Ich brauch neue Klamotten. Schauen wir mal online. Hm. Oh. Den mag ich. Ja. Gekauft. Jetzt warten wir. Oh. Er ist da. Juhu. Hier ist ihre Lieferung. Ich bin hier. Oh. Danke. Oh. Ha. Haha. Mal sehen. Oh. Oh. Perfekt. Ich probiere ihn gleich an. Oh. Oh nein. Er ist so groß. Und ich sehe aus wie ein Pinguin. Ich muss mich für den kleinen Prinzen mal schick machen. Oh nein. Oh ja. Kaufen. Das ging ja schnell. Oh. Das ist kurz. Mal sehen. Ah. Oh. Oh. Ein Mädchen muss ein paar kleine Geheimnisse bewahren. Äh. So kann ich nicht gehen. Äh. Moment. Gut, dass ich dich habe, Teddy. Okay. Ich glaube, wir haben ein Gewinner, Leute. Sieht perfekt aus. Wer ist der große Mann hier? Ich. Oh. Oh, ich liebe dieses Kleid. Das sieht sowas von gut aus. Wenn ihr einen neuen Ding-Fund braucht, ruft mich an. Oh. Ein Foto-Automat. Komm, wir machen ein Foto. Ja, klar. Gehen wir. Ladies first. Endlich. Justin, wo bist du? Hey, Meg. Ich bin hier. Oh. Wollen wir Fotos machen? Dann los. Fast wie American Gothic. Oh, wir passen so gut zusammen. Wir sehen so toll aus. Oh, lass mal sehen. Oh. Aber ich bin rausgeschnitten. Oh, die sind nicht gut. Machen wir unsere eigenen Fotos. Lass mich nur, dass ihr... Das sieht schmerzhaft aus. Ich hab's schon. Los geht's. Das beste Paar des Balls. Tschüss. Wir sehen mega aus. Ja. Ups. Verrückte. Yay. Wir haben's voll drauf. Hey, Süße. Bist du einsam? Äh, äh, nein. Du Kleiner. Hey, du. Was ist das? Egal. Komm her. Hey, Süße. Schubst den Idioten weg. Komm her. Oh, du hast es gern, Grober. Ich hab Durst. Hol mir was zu trinken. Okay. Wow. Hey, Hübsche. Willst du was trinken? Oh, ja. Dann los. So nämlich. Mein Schatz. Ja. Das ist der schönste Anblick auf die Welt. Oh, du siehst auch so süß aus. Verrückte. Gehen wir, Schatz. Oh, diese Hater. Wir erteilen ihnen einfach eine Lektion. Die werden sie nie kommen sehen. Zeit für Veränderung. Bye. Madam? Mein König. Yay. Hey, ich bin hier der Mann. Wo sind meine Schuhe? Oh. Oh. Hahaha. Hahaha. Hahaha.